Welche Bedeutung hat das bürgerschaftliche Engagement für das Zusammenlegen in Nordrhein-Westfalen? Das ist sehr bedeutend, denn ohne bürgerschaftliches Engagement würden viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, des Zusammenlebens der Generationen nicht mehr funktionieren. Und deshalb müssen wir alles tun, um die Rahmenbedingungen zu stärken, dass bürgerschaftliches Engagement noch mehr stattfinden kann. Und wie wichtig sind da Unternehmen wie die Generali Deutschland, damit das noch weiter ausgebaut werden kann? Also wichtig sind Einzelengagements von Menschen, die sich in Vereinen, Verbänden und vielem engagieren. Aber wichtig ist auch die Wirtschaft. Und da ist Generali sicher ein Vorbild, das auch andere noch anstecken kann, dass Unternehmen nämlich ebenfalls ihre Verantwortung wahrnehmen. Vielen Dank.